Wir sprechen heute über das Thema Identität. Vision trifft auf Realität. Ja, mein Name ist Christian Gierke, bin CEO der Bitkasten AG, bin 50 Jahre alt noch, verheiratet, zwei Kinder. Und was man hier auf der rechten Seite sieht, ist halt nicht Batman, sondern unsere kleine französische Bulldogge Frieda. Was ich heute mit Ihnen machen möchte oder mit euch machen möchte, ist über das ganze Thema Kommunikation auch zu sprechen. Das heißt, was ist Kommunikation? Ich habe mal eine Erklärung einfach zusammengestellt. Was ist eigentlich Kommunikation? Weil die Definition der Kommunikation klingt oberflächlich betrachtet eigentlich sehr einfach. Das heißt, das einfachste Kommunikationsmodell ist ein Sender, der Signal auf einen Empfänger ausstrahlt und dieser reagiert dann auf die Signale mit entsprechend artspezifischem Verhalten. Und es gibt irgendeine Rückkopplung zum Sender. Und der begriffliche Ursprung liegt im Lateinischen communicare und das bedeutet teilen, mitteilen, teilnehmen lassen, gemeinsam machen und vereinigen. Wir haben mal oder ich habe mal eine Definition geschrieben. Ich nenne es mal Kommunikation 2.0 mit ein paar Ergänzungen oder eine Revision, sagt man ja heute technisch. Die Kommunikation würde ich heute so definieren, dass man sagt, das ist der sichere digitale Austausch von Informationen mit Hilfe von Sprache oder Zeichen, ist nachhaltig und ohne Medienbruch zwischen einem eindeutig identifizierten Sender und einem oder mehreren Empfängern auf gegenseitigem Vertrauen. Was heißt das denn jetzt oder was sind denn jetzt die Ergänzungen? Wenn man sich anschaut, sicher und digital heißt das in der heutigen Zeit natürlich erst mal DSGVO-konform. Idealerweise ist es oder es ist eigentlich heutzutage eine Anforderung, ist Ende zu Ende verschlüsselt. Kryptografie spielt da auch natürlich mit. Und das Ganze muss aber auch noch vom User gedacht sein und bedienbar sein. Der Austausch von Informationen sollte ja nicht nur in eine Richtung gehen, sondern es ist ja ein Kommunikationsmodell. Das heißt, es muss eigentlich ein bidirektionaler, rechtssicherer Austausch ermöglicht werden mit einem massenmarktfähigen Zugang der Nutzer. Und wir sagen immer, das ist das Überbrücken der letzten Meile. Und da komme ich nachher auch noch mal zu und erkläre, warum die letzte Meile und wie die letzte Meile auch gar nicht so wirklich überbrückt wird. Das Thema nachhaltig und ohne Medienbruch bedeutet, und das ist ein Thema, was uns natürlich alle bewegt, ist ein geringerer CO2-Fußabdruck als die traditionellen Mittel. Also kein Druck, keine Zustellung. Idealerweise integrierte wirklich End-to-End-Prozesse, ohne dass man noch mal eine E-Mail abtippen muss oder die E-Mail bekommt und die dann einscannt. Und das Ganze natürlich auch unter der Einbeziehung der vorhandenen IT, die man vielleicht schon im System hat. Das Thema der eindeutigen Identifizierung, und das ist ein Thema, was uns heute auch ein bisschen durchzieht, ist natürlich wichtig, weil es ist schon wichtig, dass man wirklich weiß, an wen man, mit wem man spricht. Und wenn man in den Wald reinruft, wer dann auch tatsächlich aus dem Wald herausruft. Und das ist natürlich auch die Voraussetzung für die Überbrückung der letzten Meile, dass der Sender und der Empfänger auf gegenseitigem Vertrauen eindeutig identifiziert sind. Und das Ganze natürlich dann nachher auch nachvollziehbar ist, dass es rechtssicher ist und, und ich habe es eben oben auch schon mal gesagt, auch einfach zu bedienen ist. Das ist so ein bisschen die Kommunikation 2.0. Die Realität ist aber oft eine andere. Das ist zum Beispiel das, was ich von meiner Bank bekommen habe. Das heißt, die Bank fragt mich, ob ich ein Verständnis habe, dass ich drei Briefe an einem Tag bekomme. Wenn ich jetzt noch mal an meine Definition der Kommunikation 2.0 denke, habe ich erst mal natürlich kein Verständnis dafür, ehrlich gesagt. Es ist nicht nachhaltig. Es ist nicht digital. Es ist sicher. Also eine digitale Identifizierung hat ja in der Form nicht stattgefunden, sondern man identifiziert im Endeffekt über den Postweg. Die letzte Meile ist digital irgendwie auch nicht überbrückt worden, sondern man setzt halt auf den Postweg. Es ist meines Erachtens auch ein klarer Medienbruch. Und die Einbeziehung der Legacy IT ist wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum man hier das Thema Porto-Optimierung und Sendungszusammenstellungen nicht auf die Reihe bekommen hat, beziehungsweise auch nicht in der Lage ist, mir das Ganze digital zuzustellen. Vielleicht wollte ich das aber auch gar nicht. Und das ist natürlich das, was wir auch bekommen. Also das ist nach einem Urlaub, wo ich mal ein paar Tage nicht da war, so sah dann dementsprechend auch mein Posteingang aus. Das heißt von vielen Versicherern, die mich irgendwie versuchen, auch in ihre Portale zu locken. Und die Deutschen, und das ist das, was wir in Gesprächen immer wieder hören, sind tatsächlich auch portalmüde und auch passwortmüde. Weil man möchte ja auch nicht seine ganze Post und seine Kommunikation mit seinem Versicherer in dem Falle bei vier, fünf, sechs Portalen abholen. Keiner würde sich sechs Briefkästen draußen irgendwie an die Wand hängen. Ja, das macht man ja auch nicht. Und die Portal-Nutzungsraten, gerade im Versicherungsbereich, sind oft im einstelligen Prozentbereich, also gerade bei traditionellen und klassischen Versicherern, trotz der Millioneninvestments und der sehr, sehr hohen Supportkosten. Und der Grund, warum auch dies nicht digital gesendet wird, ist einfach das Fehlen eines einfacheren, sicheren Zustellkanals, den die Nutzer auch wollen. Und wenn wir wieder an die Kommunikationsdefinition zurückdenken, auch das ist nicht nachhaltig. Geworben wird zwar hier mit der Nachhaltigkeit oder mit iPads, die man gegebenenfalls gewinnen kann. Es ist nicht digital, es ist zwar auch wieder sicher über den Postweg, aber es findet auch wieder keine digitale Identifizierung statt. Viele Versicherer, muss man sagen, fairerweise nutzen E-ID-Verfahren ja teilweise. Also es gibt da auch mittlerweile schöne Integrationen in irgendwelche Apps. Es ist aber meistens nur für irgendwelche einzelnen Prozesse. Ich nenne das immer so Muss- oder Zwangsprozesse. Also ein Zwangsprozess ist beispielsweise, registrier dich an der App. Wenn du das nicht machst, kriegst du zum Beispiel dein Geld nicht wieder für irgendwelche Auslagen oder irgendwelche Versicherungen. Und die Sorge, die ich dann immer habe, ist, wenn ich jetzt auch gerade sehe, was im kommunalen Umfeld so geplant ist, ist mit dem ganzen Rahmen des Online-Zugangsgesetzes, komme ich gleich aber auch nochmal zu, ist, dass die Portale, die im privaten Bereich schon nicht funktionieren, dann später im kommunalen Umfeld auch nicht wirklich funktionieren. Und sowas bekomme ich dann natürlich auch. Ein Lastschriftmandat, was ich dann tatsächlich ausfüllen muss. Das ist ein PDF, also ein gescanntes Papierformular, das ich jetzt ausfüllen und faxen soll. Also das ist, das habe ich jetzt öfter schon gehört, das Wort. Das wird oft intern als digitales A4 beschrieben. Das ist ein Beispiel, was ein Freund von mir bekommen hat. Das heißt, auch hier wieder krasser Medienbruch. Der Zoll hat an eine Brennerei geschrieben, schicken Sie mir das Formular per E-Mail zu, ich stempel es Ihnen dann, bring es vorbei, dann können Sie es unterschreiben und zu Ihren Unterlagen legen. Also das ist auch für mich völlig unverständlich. Und das ist heute das, was wir sehen, dass wirklich 80 Prozent dessen, was heute als digitalisiert angeboten wird, das eigentliche Problem nicht löst. Also gerade sowas wie PDFs von Formularen oder auch das Scannen von Briefen oder Portale, die wenig genutzt werden, lösen ja nicht das eigentliche Problem. Weil all das ist keine Digitalisierung des Kommunikationsprozesses. Wir alle haben, glaube ich, dieses Wimmelbild schon mal gesehen vom Normenkontrollrat. Das sind komplizierte Abstimmungsmechanismen, die hier abgebildet sind und auch wirklich aufwendige Kooperationskondrukte zwischen Bund und Ländern und den Kommunen. Und gerade diese Komplexität aufzulösen, muss das langfristige Ziel von so einer Digitalisierung und auch einer Modernisierungsstrategie sein. Und da ist man ja, das muss man sagen, wirklich auf einem guten Weg. Ja, also es gibt jetzt das OZG 2.0, es gibt den OZG Booster. Ich glaube, man hat das Problem erkannt. Und ich glaube, auch die Zusammenarbeit und die Zusammenarbeitsmodelle öffnen sich dadurch aus, dass man auch mit kleineren Unternehmen zusammenarbeitet. Weil das ist doch schon auch sehr beherrscht von großen Rechenzentren, Anbietern, großen Softwareherstellern und auch Zweckverbänden. Das Thema, was ich aber natürlich da vermisse, ist, wo ist denn der Bürger eigentlich in dem Wimmelbild? Und in einer wirklich vereinfachten Darstellung funktioniert für mich eine kommunale Kommunikation einfach so. Ja, man hat die ganzen OZG Verwaltungsleistungen, man hat vielleicht das, was über eine Tagespost rausgeht. Man hat das, was aus Fachverfahren, wie zum Beispiel Bauanträge ausgeleitet wird. Und das ist all das, was dann über eine Poststelle vielleicht auch an den Bürger geht, was dann dementsprechend idealerweise an den Bürger zusammen kommuniziert wird. Und wie es heute oft noch funktioniert, ist, dass der Bürger dann irgendwas zurückschickt, idealerweise natürlich digital, was heute viel nicht funktioniert. Aber da gibt es dann auch noch den Weg der Posteingangsbearbeitung. Das habe ich aber in dem Wimmelbild irgendwie nicht so richtig gefunden. Was aber dann gemacht wird, und das ist hier das Beispiel der Bayern-ID, da habe ich auch die FAQs hier mal abgebildet, ist, warum kann man auf Nachrichten in Postfächern nicht antworten? Warum kann man keine Nachrichten schreiben? Das heißt, man setzt jetzt im Moment auf Systeme, die man einführt, wo jetzt per Design schon einfach die Kommunikation jetzt schon erschwert wird. In NRW ist es ähnlich. Auch in NRW heißt es NRW Postkorb. Allein der Name, muss ich sagen, ist schon irgendwie schwierig, dass es Postkorb heißt. Und es kann auch nicht geantwortet, kommuniziert werden. Und die angeschlossenen Portale haben das eigene Postkörbe. Und dem Nutzer wird gesagt, dass er dann da auch in den anderen Postkörben nachschauen soll. Also auch das ist wirklich schwierig. Es ist teilweise so, dass bestimmte Nachrichten dabei dann auch angezeigt werden und gelesen werden können. Aber wenn Sie zum Beispiel mit der Service-Konto-Pass-App mit einem substanziellen Vertrauensniveau oder mit der Online-Ausweisfunktion mit einem hohen Vertrauensniveau mal angemeldet ist, dann kann man es lesen, teilweise aber auch nicht. Und das ist natürlich für einen Bürger irgendwie wirklich unverständlich. Und da mache ich mir dann doch Gedanken, ob man da auf dem richtigen Weg ist. Und ich habe jetzt hier ein Beispiel bekommen und das ist dementsprechend von meiner Behörde. Die haben mir hier beispielsweise meinen Förderantrag der Photovoltaikanlage einfach per E-Mail zugeschickt. Der Photovoltaikanbieter hat das beantragt in meinem Namen, also personenbezogene Daten im Zuwendungsbescheid, das ganze Thema komplett offen in einer unverschlüsselten E-Mail. Und man muss wirklich sagen, das Ganze hat acht Wochen gedauert für die Genehmigung. Und das hätte man ehrlich gesagt auch mit einer KI in einem Tag lösen können. Und das hätte noch nicht mal eine besonders intelligente, künstliche Intelligenz sein müssen, sondern das kann man wirklich relativ einfach lösen. Und E-Mail ist wirklich hier ein Problem. Und ein großer Teil der Ransomware- und Cyberangriffe kommt immer über diese Schnittstelle der E-Mail. Und was wir natürlich oft hören, ist, dass Leute sagen, ja, aber E-Mail ist doch da und E-Mail ist doch kostenlos. Und Studien belegen, dass deutsche Empfänger ja ganz, ganz viele E-Mail-Konten nutzen für unterschiedliche Angelegenheiten. Das heißt 59 Prozent der Befragten, ich habe eine Studie gelesen, dass sie eine separate E-Mail-Adresse für Spam und andere unerwünschte E-Mail von Unternehmen nutzen. Und mich wundert aber auch, dass das doch sehr, sehr viele Unternehmen angeben, dass sie ihre Daten und ihre Kundenkommunikation sicher und gemäß der DSGVO übertragen. Ich denke mal, diese 80 Prozent, die das von sich behaupten, sind diejenigen, die an Portale übertragen, die sich dann aber auch keiner anschaut. Und ich denke, wir befinden uns jetzt auch tatsächlich in so einer Komfortzone. Und das ist das, was wir in vielen Gesprächen auch sehen. Ja, es ist auf der einen Seite eine Komfortzone, auf der anderen Seite ist es auch tatsächlich ein Abwarten. Weil keiner möchte so richtig den ersten Schritt machen. Es gibt die Systeme, die so laufen und man hat einen gewissen Zustand erreicht und den behält man auch. Also man bleibt wirklich liegen und hat sich auch schön zugedeckt. Und dieser Zustand ist ja bequem. Und einfach nur so ein System zu haben, das sich irgendwann so eingeschwungen ist und bleibt, ist ja keine Lösung. Man liest es ja momentan wirklich jeden Tag, dass die digitale Unterwelt durch die zunehmende Vielfalt an Cyberattacken weiter wächst und die finanziellen Schäden wirklich zunehmen. Und ein Einfallstor für solche Angriffe ist halt oft auch immer wieder E-Mail. Und da muss man sich eigentlich wirklich auch Gedanken machen. Corona hat, und das hat sich in der Bitkom-Studie gezeigt, hat natürlich schon einen Digitalisierungsschub auch ausgelöst bei den Unternehmen. Das heißt, drei Viertel, also 72 Prozent geben an, dass es ihnen mittlerweile auch gelingt, Briefpost durch digitale Kommunikation zu ersetzen. Vor zwei Jahren waren das erst 63 Prozent. Was ich aber hier natürlich erschreckend finde, ist, dass Fax dann doch auch noch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Die Realität, und das sind Daten hier von der Post beziehungsweise von Statista, ist aber oft eine andere. Es werden tatsächlich immer noch jede Menge Post und wirklich LKW-weise Post auch durch die Gegend gefahren. Und das bei wirklich steigendem Porto, steigenden Energiekosten und steigenden Papierkosten. Kurzer Funfact, wir arbeiten ja auch mit Druckdienstleistern zusammen und wir haben heute Morgen eine Benachrichtigung bekommen, dass wir auch eine Preiserhöhung bekommen und dass der Papierpreis um 68 Prozent angehoben wird. Der Brief kam heute wirksam ab 1. August. Also das heißt, die Kosten explodieren. Porto steigt sowieso jedes Jahr. Energiekosten, glaube ich, kriegen wir alle mit. Also das heißt, hier gibt es doch Handlungsbedarf. Und wenn ich mir die Kommunikation anschaue und wie sich die Volumina entwickeln, ist das meines Erachtens nicht angemessen und passt auch nicht in die Zeit. Und das ist das, was wir auch festgestellt haben auf die Frage, warum drucken Sie eigentlich heute noch? Warum wird heute eigentlich noch gedruckt? Weil natürlich, und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Gründe, weil die Kunden teilweise es in den Portalen nicht lesen. Da gibt es auch ganz lustige Geschichten, die man da immer wieder hört, dass zum Beispiel, wenn es nach 30 Tagen im Portal nicht gelesen wird, dann doch gedruckt wird und die Kunden sich dann da entsprechend beschweren. Ja, dass vielleicht das Erstellen einer Polizei so lange gedauert hat, weil es mit so einer Verzögerung kommt, obwohl sie es hätten sofort lesen können. Dass E-Mail nicht sicher ist, dass man es immer schon so macht. Oft wird auch gesagt, meine IT kann es nicht anders. Das Thema DSGVO kommt in ganz, ganz, ganz vielen Gesprächen, dass man einfach sagt, DSGVO stoppt alles. Das hat ja mehrere Aspekte. Das ist auf der einen Seite natürlich ein Skill-Thema, dass man einfach sagt, was kann man machen? Aber es wird heute auch immer, immer schwerer. Und das ist eigentlich so eins meiner Fun-Facts zu dem Thema. Der hessische Datenschutzbeauftragte hat jetzt gesagt, das kann man auch nachlesen, dass die Faxnutzung einen Verstoß gegen die DSGVO darstellt. Das heißt, die personenbezogenen Daten könnten wegen einer nicht korrekten Eingabe der Zielfaxnummern dritten Unbezug unbefugt offenbart werden. Das ist der eine Grund. Und der zweite ist, dass der Absender in der Regel keine Informationen zur Empfängerseite hat, wo zum Beispiel so ein Faxgerät aufgestellt ist und wer zum Beispiel auch Zugang zu diesem hat. Und er rät, und das finde ich auch gut, zeitnah alternative Kommunikationsmittel zum Fax zu prüfen und zu implementieren. Wenn ich jetzt mit meinen Kindern rede, meine Mädels sind neun und zwölf, die wissen ja noch nicht mal, was ein Faxgerät ist. Also wie gesagt, wenn Sie heute noch Fax nutzen, zeitnah Umstellung vielleicht auf ein konformes Mittel. Und das ist halt das, was wir in der Bitkom-Studie auch gefunden haben. Und die Ergebnisse, muss ich ehrlich sagen, finde ich erschreckend, aber auch nicht überraschend zum Thema DSGVO. Diese ganze Diskussion rund um Privacy Shield und die Urteile vom Europäischen Gerichtshof hinsichtlich transferbezogener, personenbezogener Daten, führen zum Beispiel ja auch zu, dass viele US-Cloud-Dienste damit gegen europäische Datenschutzverordnungen verstoßen. Ja, ich mache hier natürlich jetzt keine juristische Beratung zu dem Thema. Aber es wundert mich dann doch umso mehr, wie viele Unternehmen tatsächlich noch solche Dienste einsetzen. Da kommen wir auch wieder zu dem Thema der Bequemlichkeit zurück. Ja, zum Beispiel Verträge unterschreiben ohne qualifizierte elektronische Signaturen, mit irgendwelchen US-Diensten, um irgendwelche Kundendaten zu speichern. Und das ist natürlich, führt zu erhöhten Kosten, also gerade so dieses Thema der wirklichen Konformität. Und es wird natürlich auch immer schwerer, aus einer Unternehmenssicht, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Und das, was wir klar sagen, ist, dass DSGVO sich nicht zum Killer von Innovationen entwickeln darf. Und es gibt wirklich smarte Wege, in denen man konform mit der DSGVO ist und auch noch innovativ ist. Und damit sich das Ganze auch tatsächlich durchsetzt, ist meines Erachtens wichtig, dass man das Ganze vom Nutzer ausdenkt. Und Nutzung und Akzeptanz hängt meines Erachtens zusammen mit Routine. Und ich habe hier vielleicht mal als Beispiel, was eine meiner Morgenroutinen ist. Egal, wo ich bin und egal, was ich mache, ist auch egal, ob ich international mit Zeitverschiebung unterwegs bin, ist, ich frühstücke jeden Morgen zusammen mit meinen Kindern. Ja, das mache ich jetzt mittlerweile über Video. Und das ist eine Morgenroutine. Und gerade dieses Thema Routine führt zu einer Akzeptanz. Und man sieht das sehr, sehr deutlich. Beispiel bei dem Thema Online-Banking. Online-Banking ist ja in der Bedienung, muss man ehrlich sagen, ist kompliziert. Ja, man braucht einen Username oder eine Teilnamennummer. Man braucht noch ein Passwort oder irgendeinen PIN. Man braucht sehr wahrscheinlich noch einen zweiten Faktor, vielleicht über eine separate App. Das ist technisch komplex. Das ist auch wirklich schwer anzuwenden. Aber wenn man sich das anschaut, wie sich Online-Banking beispielsweise entwickelt hat über die Jahre, muss man wirklich sagen, das ist ja eine tolle Anwendung. Das ist komplex, aber es stiftet Sinn und es stiftet Nutzen. Und dementsprechend führt das auch zu einer guten Akzeptanz, weil es auch oft benutzt wird und weil die Leute auch wirklich daran geführt wurden. Selbst mein Vater mit über 80, der eigentlich grundsätzlich auch ein bisschen Angst hat vor solchen Geschichten, nutzt das und weiß, dass es sicher ist und dass es auch tatsächlich funktioniert. Und das finde ich eine tolle Entwicklung, also dieses Thema Routine, wenn es in die Routine der Menschen mit integriert ist, führt es tatsächlich auch zu einer Akzeptanz. Und ich habe jetzt, und das ist ein Thema, was auch zum ganzen Thema Identitäten interessant ist. Ich habe eine alte Studie quasi ausgegraben von 2010. Da haben mittlerweile über 50 Prozent der Befragten gesagt, sie könnten sich vorstellen, den digitalen Personalausweis zu nutzen. Damals hieß das noch Internetausweis. Heute sagt man E-ID oder Wallet oder man gibt es ganz unterschiedliche Buzzwords, die man da benutzen kann. Internetausweis trifft es aber meines Erachtens auch heute noch. Elfeinhalb Jahre später hat jetzt der Bitkom die nächste Umfrage zu dem Thema gemacht und sagt, sechs von zehn Bundesbürgern können sich vorstellen, dazu ein sogenanntes Digital Identity Wallet auf ihr Smartphone zu laden. Also quasi so eine Art elektronische Brieftasche für den Personalausweis, wo man vielleicht dann auch den Führerschein und die Gesundheitskarte drin hat. Das war eine repräsentative Umfrage von mehr als tausend Personen im Alter ab 16 Jahren. Das heißt, die Mehrheit der Deutschen wird gerne eigentlich auf das klassische Portemonnaie verzichten und die wichtigsten persönlichen Dokumente dabei haben. Die Studie, die ich jetzt aber links zeige oder die ich hier zeige von 2010, war kurz vor der Einführung des Personalausweises. Und wir waren jetzt, die Woche war auch eine wirklich interessante Anhörung im Digitalausschuss vom Deutschen Bundestag, wo man, wo auch nochmal klar bestätigt wurde, dass eigentlich Deutschland in 2010 mit der Einführung, ich glaube, es war im November 2010, der Zeit tatsächlich voraus war, eine innovative und hoch sichere Technologie quasi zum Online ausweisen und Identifizieren bereitzustellen. Und man hat das auch tatsächlich, wie soll ich das sagen, verschlafen. Und dass man da jetzt nach elfeinhalb Jahren sagt, oh, jetzt können sich die Bundesbürger das vorstellen. Man ist also von 52 auf 60 Prozent gestiegen, ist natürlich, ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Aber da braucht es jetzt auch viel Marketing und auch wirklich vom Nutzer gedachte Innovation, um das Ganze auch tatsächlich massenmarktfähig zu machen, damit sich das auch wirklich durchsitzt. Und auch, glaube ich, Deutschland im internationalen Vergleich gegenüber unseren Nachbarländern, wie zum Beispiel in Dänemark oder in Holland und auch in Österreich, da wirklich aufzuholen. Und das ist das, was wir eigentlich mit dem Bitkasten machen. Und das ist das, was wir auch schon seit 2017, 2018 eigentlich, wo wir diese Idee erstmalig hatten, dass wir mit dem Bitkasten quasi eine sichere Kommunikationsplattform geschaffen haben, wo wir die Unternehmen, die Kommunen, aber natürlich auch die Empfänger digital vernetzen. Das heißt, wir haben verschlüsselte Transportwege, wir haben geschützte Daten, wir haben einen in sich geschlossenen Benutzerkreis, wo die Teilnehmer eindeutig identifiziert sind und das Ganze verbindlich und auch dementsprechend nachweisbar. Das heißt, was wir gemacht haben, und das ist eigentlich wirklich das Coole am Bitkasten, wir haben diese Idee der analogen Post in die digitale Welt überführt. Das heißt, wir haben eigentlich dieses fast 500 Jahre alte Prinzip der Postzustellung, haben wir digitalisiert und einfach neu gedacht. Das heißt, weil wir identifizieren den Empfänger über eine allgemein bekannte Postadresse, nicht über irgendeinen kryptischen Identifier oder über irgendwas, sondern wir machen es tatsächlich über die allgemeine Postadresse. Und die Idee, die wir haben, ist, dass wir einen digitalen Briefkasten haben pro Empfänger, der für alle Versender nutzbar ist. Das heißt, es muss sich so vorstellen, dass es quasi der Bitkasten ist quasi wie der Briefkasten, den Sie bei sich an der Hauswand haben. Ja, da haben Sie auch nicht zehn Briefkästen, sondern auch tatsächlich nur einen. Und da gehen alle Briefe rein, dementsprechend von der Versicherung, von der Krankenkasse, von den Stadtwerken, von den Kommunen, gehen alle da rein. Sie gehen da ran, holen die Sachen raus. Und das ist genau das, was wir mit dem Bitkasten machen. Das heißt, wir digitalisieren diesen Teil, aber wir machen natürlich noch mehr, indem wir dann auch natürlich diese bidirektionale, rechtssichere Kommunikation mit digitalen Verträgen, zeige ich gleich mal, ein bisschen auch gewährleisten, sodass dieses Thema Ausdrucken und Versenden beim Versender, aber natürlich auch auf Endkundenseite, wenn man irgendwelche Sachen zurückschicken will, einfach nicht mehr notwendig ist. Und das ist das, was wir immer sagen und das ist so die Brücke auch zu der Identität, dass wir sagen, wer die Identität feststellt, kann sicher auch sicher kommunizieren. Und wir haben das Ganze quasi mal so auf drei Säulen gestellt, dass wir sagen, es ist die Identifizierung, es ist die Authentifizierung und es ist die Kommunikation und dementsprechend das Überbrücken der letzten Meide. Das heißt, in der Identifizierung setzen wir schon seit mehreren Jahren auch mit den jeweiligen Zertifikaten vom BSI, mit unseren Partnern zusammen, der Guvernicus bzw. der Bundesdruckerei, auf die Online-Funktion des Personalausweises. Wie gesagt, da gibt es noch jede Menge Aufholbedarf. Für uns ist es natürlich, weil wir diese Technologie schon unterstützen, auch sehr, sehr einfach, dann Servicekonten beispielsweise aus dem kommunalen Umfeld einzubinden. Weil der Christian Gericke, der vielleicht in Rheinberg wohnt, der ist über sich über einen Personalausweis zertifiziert, der kann sich natürlich dann auch über ein Servicekonto machen. Ich bin ja trotzdem derselbe. Wir setzen aber auch und öffnen uns da immer mehr noch andere Technologien ein, wie zum Beispiel eine ID.Now, die die Auto-Ident-Verfahren beispielsweise bereitstellt. Wir haben einen Service bei uns integriert von yes.com, der quasi uns ermöglicht, über einen Service, den yes.com bereitstellt, sich quasi über ein Online-Banking-Verfahren zu authentifizieren, weil die Bank quasi dann für die Identität quasi gerade steht und sicherstellt. Und das ist sicher auch nach Geldwäschegesetz, dass derjenige, der sich über Online-Banking identifiziert, am Bitkasten auch derjenige ist. Und was wir, mit wem wir auch zusammenarbeiten, ist MySafe-ID von der MSG, wo es uns auch ermöglicht wird, dann dementsprechend juristische Personen, also auch Unternehmen beispielsweise, auch zu identifizieren. Weil wenn ich mich jetzt heute vielleicht als Vodafone anmelde, ja, dann muss man ja auch irgendwo sicherstellen, dass ich das tatsächlich auch darf und dass ich auch tatsächlich das Unternehmen bin. Weil dieses ganze Thema natürlich Identitätsklau ist natürlich was, was wir versuchen oder was wir durch unsere hochsicheren Verfahren natürlich dementsprechend auch verhindern. Das Thema Authentifizierung ist natürlich wichtig und ist ein Teil auch dieser Routine, die ich vorhin angesprochen habe. Das heißt, wir machen es über Username, Passwort. Was wir aber jetzt auch dabei sind zu integrieren, ist die Lösung von Xign.me, die im Endeffekt eine Anmeldung, immer wieder eine wiederkehrende Anmeldung, sehr, sehr komfortabel auch ermöglicht. Und das funktioniert dann nicht nur mit dem Bitkasten, sondern auch mit anderen Lösungen. Und dieses Thema der Kommunikation der letzten Meile ist natürlich auf der einen Seite der Ersatz quasi der gesamten, dieses ganzen Post- und Versand- und Druckwegs. Also dieses quasi klassische Digitalisierung des Postwesens. Zustellung machen wir über die Postadresse. Ich erkläre auch gleich mal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert, damit das Ganze auch mal ein bisschen Fleisch am Knochen kriegt. Aber es ist natürlich auch das Thema der rechtssicheren Kommunikation mit wirklich mit einer integrierten Signaturlösung, auch wirklich mit hochsicheren Signaturen, wie zum Beispiel von einer D-Trust oder einer A-Trust oder einer Swisscom, um sicherzustellen, dass auch die Verträge rechtssicher unterschrieben werden. Das Thema Sicherheit, und ich gehe jetzt nicht noch durch all die Punkte, und das ist eigentlich so, dass das Fundament ist, wir machen die Zustellung halt ohne E-Mail, sondern die erfolgt tatsächlich halt in den Bitkasten. Und das ist natürlich rein von der Sicherheitslage plus die ganzen unterliegenden kryptografischen Verfahren natürlich ein Thema, was sehr, sehr sicher ist und was wir auch bei uns integriert haben, ist, wir haben eine Archivlösung der Firma Guvernicus integriert, indem wir ein hochsicheres Archiv auf Nutzerseite haben nach dem TA-ESOR-Standard. So, wie funktioniert das Ganze? Und das ist das, was ich persönlich sehr, sehr cool finde, weil es einfach in der Einführung im ersten Schritt wirklich sehr, sehr einfach ist. Wir setzen nämlich auf bestehende Druckdaten. Das heißt, wenn man sich heute den Prozess anguckt, hat man irgendein System, das kann ein SAP sein, das kann ein Versicherungssystem sein, das kann ein Kernbankensystem sein, ein Fachverfahren, wie auch immer. Das generiert ein irgendwie, wie auch immer geartetes Druckdokument. Und das geht vielleicht heute dann zum Druckdienstleister oder in die Hausdruckerei. Das, was wir machen, ist, und das ist eigentlich die einzige Änderung vom IT-Prozess, ist, wir nehmen diese Druckdaten, ja, die werden, also man muss tatsächlich technisch nur den SFTP-Server umbiegen. Man schickt es nicht mehr in die Druckerei, sondern man schickt es quasi an unsere Bitkasten-Cloud-Infrastruktur. Also, ja, der Bitkasten schaut dann dementsprechend, sagt, aha, ist das ein Nutzer, den ich kenne, kenne ich den Christian Giericke? Wenn ja, stelle ich das Dokument zu. Wenn ich den Nutzer nicht kenne, dementsprechend, steuert der Bitkasten das Dokument an den Druckdienstleister, Hausdruckerei, wie auch immer, an dem bestehenden Prozess aus. Das heißt, um sicherzustellen, dass wirklich 100 Prozent der Dokumente, die man irgendwie zustellen will, auch tatsächlich ankommen. Das heißt, wenn man 100 Dokument wegschickt und 10 vielleicht über einen Bitkasten zugestellt werden an die Nutzer, die sich vielleicht über ein irgendein geartetes Identitätssystem sicher bei uns registriert und identifiziert haben, stellen wir elektronisch zu. Der Rest geht dann in den Druckprozess, um sicherzustellen, dass wirklich alles da ist. Das coole an der Geschichte ist, dass man die Dokumente überhaupt nicht kanalspezifisch aufbereiten muss. Das heißt, der Bitkastenserver macht quasi die ganze Magie und man muss sich als Unternehmen auch überhaupt keine Gedanken machen, geht es jetzt elektronisch, geht es nicht elektronisch, wer kriegt was und, 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 sondern das macht alles der Bitkasten und stellt dann zu. Und diese ganzen Themen, die man ja in der elektronischen Zustellung oft auch hat mit Opt-in, Opt-out und, 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 fallen auch weg, weil wir im Endeffekt wie ein digitaler Postzustellungsdienst sind. Das heißt, derjenige, der sich dementsprechend einmal an einem Bitkasten erstmalig registriert, gibt quasi so eine Art Generalopt-in, gibt damit seine Zustimmung, dass er Post von all denjenigen empfängt, die dann bei uns mitmachen. Man kann sich da natürlich da auch wieder austragen, keine Frage. Und der Bitkasten liefert auch noch natürlich Zustellbenachrichtigungen an den Versender zurück, wer welche Dokumente erhalten hat und wann die zugestellt wurden, um das auch zu machen. Und das Ganze ist ja nicht nur unidirektional, sondern das ist ja tatsächlich eigentlich ein Kreislauf, weil das funktioniert ja nicht nur, dass man sagt, man schickt irgendwie die Post dahin, sondern wenn der Nutzer vielleicht irgendwas auch zurückschicken möchte, ja, das kann ein Arbeitsvertrag sein, das kann was auch immer sein, es können irgendwelche Daten sein von einem Stromzähler, es kann aber zum Beispiel auch eine Schadensmeldung sein, die über eine Portalfunktionalität dementsprechend im Bitkasten empfangen werden, komme ich gleich auch nochmal zu, ja. Werden die Daten dann dementsprechend an das Unternehmen auch wieder zurückgespielt, ja. Und das kann natürlich dann auch wieder sofort bei einem weiteren Prozess dementsprechend anstoßen. Das Ganze wird immer auf der Nutzerseite dementsprechend auch archiviert. Das wird Langzeitarchiviert nach TAESOR-Standard, hatte ich eben schon gesagt, sodass der Nutzer dann auch tatsächlich wirklich ein Archiv hat. Wirklich als Bürgerarchiv kann es vielleicht genutzt werden, ja. Und das ist natürlich eine sehr, 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 sehr coole Art der sicheren und modernen Kommunikation. Anwendungsbereiche gehe ich gar nicht alle so durch. Ich hatte eben ein paar schon gesagt, das ist natürlich gerade im Bereich der Bürgerkommunikation. Sie haben, glaube ich, gesehen, dass wir deutlich mehr machen als einen digitalen Postkorb, mit dem man nicht sprechen kann, sondern gerade wir haben da wirklich eine Lösung fertig, die gerade die letzte Meile zum Bürger auch überbrückt. Und wenn ich mir das gerade aus einer Bürgerkommunikationsseite nochmal angucke, ist es ja nicht nur, dass der Bürger dann in seiner Lösung die Post von der Kommune empfangen kann, sondern der kann die dann auch von den Stadtwerken empfangen, der kann die von seiner Versicherung empfangen und, und, und. Das heißt also, es ist wirklich ein Briefkasten, den man digital hat und das ist natürlich vom Komfort, natürlich ist das natürlich super. Plus, dass man da natürlich dann auch wirklich komplexe Anwendungen, wie zum Beispiel Fachverfahren, Bauanträge, Bauamtsoftware und, 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 auch sehr, sehr gut anbinden kann. Wir haben im Bereich der Kundenkommunikation, haben wir eben schon ein paar Beispiele gesehen, wie man es dementsprechend nicht macht. Auch hier sind die Gründe und die Herausforderungen natürlich klar, das Thema Druck und Porto, es ist nicht wirklich digital. Dieses Thema der fehlenden Identität ist ja einer der Treiber, warum heutzutage tatsächlich noch so viel gedruckt wird. Ja, und weil auch die geringen, warum auch die Portale, und die Portale werden ja dementsprechend auch wirklich gering genutzt. Und da haben wir, glaube ich, auch, und das zeige ich gleich auch nochmal an einem kleinen Beispiel, einen wirklichen Weg gefunden, wo man auch gerade im Versicherungs- und Bankenumfeld auch seine Investitionen schützen kann, indem man Portalfunktionalitäten einfach in diesem weiteren Kanal des Bitkastens tatsächlich auch auslagern kann. Und das Ganze, was man an Kundenkommunikation hat, hat man natürlich auch an Mitarbeiterkommunikation. Und da zeige ich gleich auch nochmal ein paar Beispiele. Da ist es im Endeffekt auch ähnlich. Ja, es ist auch die Überbrückung auch der letzten Meile, gerade dieses ganze Thema der Personalpost. Aber auch viele der Prozesse, die heutzutage noch papierbezogen sind, kann man mit dem Bitkasten da sehr, sehr elegant und sehr, sehr kunden- und mitarbeiterfreundlich auch abbilden. Vielleicht ein paar Anwendungsbeispiele, um das Ganze ein bisschen mit Leben zu füllen. So sieht das tatsächlich aus. Also es ist, man kann sich am Bitkasten über die unterschiedlichen Identitätsverfahren wirklich anmelden. Was wir jetzt mittlerweile auch integriert haben und das finde ich ganz cool und wird auch hoffentlich zu einer Beschleunigung eigentlich auch nochmal dieser ganzen Digitalisierungsprozesse führen ist, dass man heute auch schon, und das wissen viele gar nicht, mit dem deutschen Personalausweis, der übrigens immer noch NPA heißt, muss man sich auch mal überlegen, nach elfeinhalb Jahren heißt ja immer noch der neue Personalausweis, dass man sich damit auch sofort ein qualifiziertes Zertifikat, das heißt eine QES-Signatur besorgen kann, die dann jeweils fünf Jahre gültig ist, womit man dann in der Lage ist, auch als Endkunde beispielsweise auch rechtssicher zu unterschreiben. Ja, also das ist auch sehr, sehr cool und ich glaube, dass solche Dinge ermöglichen dann auch eine Verbreitung von digitaler Kommunikation. Das Thema Zustellung von Personalpost hatten wir gerade eben auch schon erwähnt. Wir haben dann großen Kunden, ich glaube, das kann man auch nachlesen mit der Deutschen Bahn, die das sehr intensiv nutzen. Einer der Vorteile, warum sich zum Beispiel auch eine Bahn für uns entschieden hat, ist, dass auch die Bitkasten beziehungsweise all diese gesamte Kommunikation dem Mitarbeiter vom Grundsatz her gehört. Das heißt also, auch wenn der Mitarbeiter beispielsweise austritt, kann der Mitarbeiter natürlich diese Dokumente weiter zugreifen. Und auch hier ist es so, dass wir nicht nur, ich sage mal, Entgeltabrechnungen oder Arbeitszeitnachweise oder wie auch immer was zustellen, sondern dass wir da auch weitere Prozesse abbilden. Und gerade für gewerbliche Mitarbeiter, die zum Beispiel keine Firmen-E-Mail-Adresse haben, ist das natürlich auch eine sehr einfache Lösung. Das Thema, ich hatte es vorhin schon erwähnt, Abbildung auch von digitalen Verträgen. Das heißt, wir haben also bei uns eine Lösung integriert, wo man zum Beispiel Arbeitsverträge wirklich mit unterschreiben kann. Sehr, sehr einfach ist auch schon so bei Kunden wirklich im produktiven Einsatz, die also zum Beispiel Mitarbeiter und ihre Kundenverträge und Verträge damit darüber abschließen. Ich habe hier zwei interessante Beispiele, wie so eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung aussehen kann. Eins ist zum Beispiel hier intern von der Deutschen Bahn, das kann man ganz gut erkennen, wo wirklich komplexe Prozesse unter wirklich Abfrage von internen Systemen tatsächlich digital abgebildet werden. Hier geht es darum, dass irgendwelche Job-Tickets verlängert werden oder ausgestellt werden müssen. Also solche Themen kann man auch machen. Das sind wirklich fehleranfällige, händische, teils auch E-Mail-basierte Prozesse früher gewesen. Das kann man heutzutage sehr, sehr elegant auch digital lösen. Und das Beispiel, was ich vorhin schon eben auch schon mal erwähnt hatte, ist, weil viele natürlich schon bestehende Portale auch im Einsatz haben, haben wir hier mit einem Partner von uns, mit der Firma Invaris, auch eine Lösung geschaffen, wo zum Beispiel Portalfunktionalitäten mit sogenannten interaktiven Dokumenten, hier ist es quasi ein Unfallfragebogen, ja quasi in den Bitkasten zum Nutzer gebracht wird. Und das ist das, was ich eigentlich cool finde, wo man sagen kann, es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist einfach ein Und. Weil man kann damit schon seine bestehenden Investitionen auch tatsächlich schützen und man holt den Nutzer vielleicht dann da ab, wo man ihn auch tatsächlich findet. Und das Ganze kann man natürlich auch noch weiter treiben. Wir haben jetzt hier also auch noch mehrere Beispiele mit Krankmeldungen, Urlaubsanträgen oder auch Kfz-Kasko-Schäden. Also auch da kann man sehr, sehr viel machen und kann das alles über den Bitkasten dementsprechend abbilden. Vielleicht mein vorletztes Slide schon. Das heißt, was sind eigentlich so die großen Aspekte, die wir sehen? Der Bitkasten bringt halt eine Kommunikation und die digitale Vernetzung out of the box mit. Das heißt, das Ganze ist tatsächlich ein fertiges Portal. Das kann man sofort einsetzen. Wir haben von unserem Geschäftsmodell, und das ist das, was viele Kunden auch wirklich sehr, sehr interessant finden, sind wir wirklich rein transaktional unterwegs. Wenn wir jetzt wieder an das Slide denken von vorhin, wenn wir die 100 Dokumente tatsächlich wegschicken und es rufen nur 10 Prozent ab, würde der Versender dementsprechend auch nur für die Dokumente bezahlen, die digital abgerufen werden. Das heißt, wir gehen natürlich dann mit auf eine gewisse Art und Weise mit in das Risiko. Und dadurch, dass wir auf bestehende Druckdaten setzen, ist es auch sehr, sehr leicht einzufühlen. Also wir haben Kunden, die mit unserer Lösung innerhalb von vier Wochen live gegangen sind. Das sind ein paar Tage Anpassung. Man muss das einmal testen und, und, und. Man muss natürlich klar kommunizieren, dass man den Bitkasten hat. Man muss seine jeweilige Zielgruppe natürlich motivieren, dementsprechend in den Bitkasten auch zu kommen. Aber es ist halt wirklich ein Einsatz, der sehr, sehr schnell möglich ist. Und das ist nicht, und ich rede jetzt hier nicht nur von Dokumenten, die vielleicht PDF sind, sondern wir haben es auch schon umgesetzt, dass wir dann wirklich AFP-Dokumente aus unterschiedlichen Lebenden und Lebenssystemen zum Beispiel nehmen und uns da dann auch wirklich dazwischenhängen mit dem Bitkasten-Server und da wirklich das sicher und auch performant dementsprechend umsetzen. Und was wir damit natürlich auch adressieren, ist es auf der einen Seite die schnelle IT-Umsetzung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch diese ganzen Sicherheitsprobleme, die wir, die wir damit adressieren. Dieses Thema Schutz gegen Identity Fraud, das Thema DSGVO, auch dieses ganze Cyber Security durch den Wegfall von E-Mail. Und insofern mit dieser Digitalisierung des Postwesens haben wir da, glaube ich, eine wirklich tolle Lösung geschaffen. Und den Aufruf, mit dem ich eigentlich meinen heutigen Vortrag und diese heutige Session beenden möchte, ist wirklich das Thema Teamwork und nicht Wettbewerb. Wir haben heute ja schon ein bisschen oder ich habe schon ein bisschen darüber gesprochen, über die Zusammenarbeit von staatlichen Einrichtungen mit all der Regulatorik und der Privatwirtschaft. Und bei uns, unsere Sicht ist so, dass hier wirklich jeder Bitkastenkunde auch von den anderen profitiert. Das heißt, wir sehen es eher wie ein digitaler Marktplatz und jeder hebt den anderen hier auch tatsächlich hoch. Das ist ja bei einem Marktplatz, wenn Sie sich einen neuen Marktplatz angucken, ist am Anfang ein Händler da mit vielleicht zwei Kunden. Beim nächsten Mittwoch sind es dann vielleicht schon ein paar mehr und so wird es dann auch dementsprechend immer mehr. Und wir sind dabei, wir haben die kritische Masse schon und das wird auch immer mehr. Und zusammen, wenn wir da wirklich zusammenarbeiten, können wir das tatsächlich ausschöpfen. Und wenn ich an Versicherungen und Banken denke, die dann oft ja noch glauben, ein eigenes Portal zu brauchen. Wir haben das Portal schon. Wir haben so ein Portal as a Service. Wir haben das Portal quasi schon gebaut und auch die bestehenden Investitionen kann man da wirklich auch schützen und kann man auch wirklich mit zusammenführen und kann auch wirklich es schaffen, eine quasi Verbindung von analogen quasi zu digitalen Dokumenten dazu schaffen. Und natürlich freuen sich dann die Marketer dann auch, weil man natürlich eine Kundenkommunikation ohne diese ganze DSGVO-Nerverei dementsprechend hat. Und für Kommunen ist es, glaube ich, eine einfache und auch sehr, sehr günstige E-Government-Compliance-Lösung, wo man auch viel einfach nicht mehr erfinden muss, sondern dementsprechend auch den Bitkasten quasi einsetzen kann und damit auch den Kommunen, Bürgern und auch vielleicht der lokalen Wirtschaft wirklich einen Gefallen tun möchte. Ja, das war es von meiner Seite. Wie gesagt, wenn Sie das hier abscannen, sehen Sie meine Kontaktdaten. Ich würde mich freuen, wenn wir in Verbindung bleiben. Ansonsten vielen lieben Dank und ja, wir freuen uns auf jeden Fall über Kontakt. Es ist immer ein spannendes Thema, freuen uns über Zusammenarbeit und ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende mit viel Sonne und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.